Große Momente ergeben sich durch eine große Möglichkeit. Ein Spiel. 90 Minuten. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Jeder Einzelne wird alles geben. In jeder Minute, in jeder Sekunde. Wir können aus dieser Röder aufsteigen. Ein Stück, ein Stück nach oben. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu ordnen, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentlemen.